Hallo, ich bin Tanja vom Kanal Rosling Around und das hier ist mein neues Format Übelst schnelles Upcycling, wo ich versuche euch in unter drei Minuten einen coolen Upcycling-Tipp zu geben. Alles was ihr dafür braucht, findet ihr natürlich in der Infobox. Und es geht los. Als erstes nehme ich mir diesen alten Kissenbezug, den ich mir mal aus einer Ikea-Decke genäht habe und dann mache ich mir noch Quasten dazu und zwar aus schwarzer Wolle. Dazu habe ich mir so einen Bommel oder Quasten-Maker aus einem alten Papa-Deckel gebastelt. Ich kann euch gerne unten verlinken, wo ich den Tipp dazu gefunden habe. Und da mache ich mir dann erstmal so viele Quasten, wie ich gerne haben möchte. Und dann geht's weiter. So und jetzt müssen die Quasten natürlich noch auf den Kissenbezug. Und da nehme ich mir so eine große Nadel, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Stopfnadel oder so. Das verlinke ich euch natürlich auch unten in der Infobox. Und nähe diese zwei Fäden da durch und knüpfe sie dann hinten wieder zusammen. Und das mache ich mit jeder Quaste da an dieser Stelle, wo ich sie gerne haben möchte, bis ich damit fertig bin. Und dann sind wir auch schon fertig. Und so sieht das Ganze dann am Ende aus. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr vielleicht sogar mehr davon sehen wollt, dann könnt ihr uns ja abonnieren. Ciao! 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 Ciao!